Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 40.900 US-Dollar. Die FED-News kamen eigentlich wie erwartet, beziehungsweise es war nichts wirklich Neues dabei. Wir hatten ja gestern einen Livestream. Vielen, vielen Dank dafür. So viele Zuschauer wie noch nie. Also vielen, vielen Dank. Aber es hat eigentlich keine Auswirkungen gehabt. Es ist genau das passiert, was wir eigentlich gedacht haben. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten, heute Abend machen wir wieder um 19 Uhr, Dreiviertelstunde, Stunde Livestream. Heute vielleicht mal nicht so lange, weil ich gestern schon gestreamt habe. Aber heute auf jeden Fall um 19 Uhr erneuter Livestream. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten starten wir jetzt durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 40.900 US-Dollar. Wir hatten die FED-News, sieht man ganz gut hier mit diesem WIC nach unten. Das war eigentlich genau dieser WIC, den ich auch noch im Livestream angesprochen habe. Okay, ich erwarte hier den WIC ungefähr in den Bereich von 39.5 bis 39.3 maximal bis in die 38.9 wegen diesen kleinen Demand-Zonen. Diesen WIC hatten wir jetzt auch dann genau. Wir sind dann rasch wieder aufgekauft worden. Jetzt konsolidieren wir hier unter diesen Monats-Pivot. Was können wir jetzt erwarten? Also was ich mir gut vorstellen könnte, dass wir vielleicht doch nochmal so einen kleinen WIC doch nochmal in den Bereich von 39.3 bekommen, um diesen Schatten zu füllen. Ansonsten weiterhin hier vielleicht erstmal ein bisschen konsolidieren, um den RSI noch ein bisschen abzukühlen. Um dann wirklich hier einen Anlauf zu starten in Richtung 42.8 bzw. 43K. Um dann einen möglichen Retest unseres riesigen Symmetrical Triangles bzw. unseres Fawning Wedges zu sehen. Von hier aus dann wirklich einen impulsiven Move in Richtung 46.47K. Das ist jetzt so das, was ich mir momentan vorstellen würde, was halt wichtig wäre, erstmal ein neues, höheres Hoch zu bilden. Das heißt, wir hatten ja hier von dieser Abwärtsbewegung, hatten wir damals noch dieses Golden Pocket. Das ist natürlich immer noch aktiv, ist aber mittlerweile geschwächt. Plus wir haben noch eine 4-Stunden-Supply-Zone und die ist aber auch schon geschwächt. Deswegen wäre es enorm wichtig, ein kurzes Fake-Out hier drüber zu kriegen, die Liquidität von den Shorts abzuholen. Kurzen Breakdown nach unten, nochmal in den Bereich von ungefähr 40.000 US-Dollar. RSI wäre damit dann abgekühlt, wir hätten unseren Retest bekommen und dann Abfahrt nach oben, zumindest mal in den Bereich von, wie sag ich mal, 46K. Dann würden wir auch diese Hochs hier erstmal rausnehmen. Heißt, wir hätten wieder mal ein höheres Hoch gebildet plus höhere Tiefs. Und das ist ja das, was wir in dieser ganzen Struktur, sag ich mal, sehen wollen. Wichtig ist weiterhin, dass wir höhere Tiefs bilden plus höhere Hochs natürlich, damit wir weiterhin in diesem Abtrend sind. Und was ich jetzt gut finde, also es sieht jetzt wirklich hier langsam nach Bodenbildung aus. Also wir haben jetzt diese riesige Seitwärts-Range, die seit, ich sag mal, Dezember, nehmen wir jetzt mal das hier oben mal ein bisschen weg. Fangen wir mal an mit Januar, ungefähr jetzt intakt ist. Wir bilden immer wieder höhere Tiefs. Wir kriegen keine rasanten Abverkäufe mehr. Der Markt hat sich erholt in dieser Seitwärtsphase. Und jetzt bräuchten wir halt unser letztes, sag ich mal, sinnvolles Breakout nach oben hin, um diese Abwärtstendenz, sag ich mal, zu brechen. Um dann hier in diesen Bereich von 48K zu kommen. Und hier oben wird es dann interessant, weil hier wirklich eine Menge, Menge Widerstände ist. Ihr seht hier immer noch diese vier Stunden, drei, vier, sechs und drei Tage Demand-Supply-Zone. Das heißt, hier ist eine Menge, Menge Widerstand. Da müssen wir auf jeden Fall nachhaltig durchkommen. Ansonsten kurzfristig 42,8 bis maximal 43K Supply rausnehmen. Golden Pocket rausnehmen. Rejected. Vielleicht nochmal einen Monats-Pivot hier rum. Und dann wirklich abfahrt die Rakete. So stelle ich mir das jetzt momentan vor. Müssen wir natürlich im Blick halten. Ansonsten halte ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden. Ethereum. Gleiches Bild. Da habe ich ja gestern gesagt, hier shorte ich nicht rein in 200 SMA. Auch wenn der RSI relativ weit hoch ist. Jetzt könnte man sich das vielleicht sogar ein bisschen hier überlegen. Nachdem der RSI jetzt hier am 70er Bereich ankratzt. Vielleicht hier noch eine Short-Position einzugehen. Wäre dann bis zum Monats-Pivot ungefähr diese vier Prozent, die wir uns so erwünschen. Aber ich traue den ganzen Markt trotzdem momentan noch nicht so wirklich. Sobald wir hier diesen bullischen Impuls, sage ich mal, nach oben hinkriegen, wäre ich da wirklich vorsichtig, was das anbelangt. Auch hier haben wir noch ein bisschen Luft in unserem Symmetrical Triangle. Sind wir noch nicht ausgebrochen. Das heißt, wir könnten auch nochmal einen kleinen Rücksetzer vertragen. Eventuell auch hier, um den RSI noch ein bisschen abzukühlen. Vielleicht in die Region um 2600. Und dann hier wirklich mal auszubrechen. Und auch die bullische Struktur, sage ich mal, aufrechtzuhalten. Beziehungsweise eine bullische Struktur zu bilden. Ansonsten gibt es, wie ich zu sagen, weiterhin Konsolidierung. Schauen wir uns lieber mal ein paar Altcoins an. Weil da tut sich momentan ein bisschen mehr. Vor allem seit gestern. Cardano hat wirklich jetzt, oder scheint zumindest langsam Boden finden zu wollen. Macht zumindest so den Eindruck. Ich habe ja schon die letzten Tage immer wieder darauf angesprochen, okay, wir bilden hier zwar immer mal wieder tiefere Tiefs, aber die Dumps werden deutlich geringer. Das heißt, die Dumps werden schwächer und schwächer und schwächer. Wir sind zwar immer weiter unten gesunken. Und jetzt sieht es hier wirklich eher nach Bodenbildung aus. Ich habe es gestern schon beim Livestream angesprochen. Wir sehen hier langsam so diese Seitwärtsbewegung. Und jetzt so wirklich diese Trendwende nach oben hin. Wirklich schöne Bodenbildung. Hier unten noch eine schöne Demandzone, die immer wieder angetestet wurde. Plus wir haben tiefere Tiefs im Chart gebildet. Aber wir bilden hier dauerhaft höhere Hochs im RSI. Das heißt, diese Bullish Divergence scheint jetzt langsam auszuspielen. Ein kleiner Rücksetzer wäre vielleicht nochmal möglich, vielleicht sogar hier in diesem Bereich von 0,80 Dollar Maximum, um dann wirklich hier mit wirklich Schwung in Richtung 200er S&M bei 0,90 Dollar, wenn nicht sogar in den Bereich von 0,94, 95 reinzugehen, wo dann unser Downtrend, sage ich mal, auf uns trifft. Und da wird es dann interessant, ob wir diese Struktur brechen können. Im Adap BTC-Shart gehen wir bei CryptoGuru später noch ein bisschen näher drauf ein. Da kommt dann noch eine Chartanalyse. So könnt ihr euch dann gerne angucken, werde ich euch dann später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten war noch der Wunsch, AXS mal anzugucken. Ich habe mal kurz FIP-Level gezogen, also schon mal ein bisschen vorbearbeitet, von unserem High zu unserem Low. Wir sind absolut übergekauft momentan. Also da jetzt noch in irgendeine Long einzusteigen, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Da müssen wir dann schon eher in die kleineren Timeframes gucken und, sage ich mal, in diesen Bereich von ungefähr 47, 48 US-Dollar reingucken, damit der RSI auch ein bisschen korrigiert. Weil das ist mir zu hoch, hier noch in irgendeine Position einzusteigen. Vom 200er SMA sind wir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit entfernt, um zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier in eine Short-Position. Das sind 2 Dollar. Ist mir zu viel, jetzt eine Short-Position zu eröffnen. Wir könnten noch ein kleines Leg-Up, sage ich mal, nach oben hinkriegen. In Richtung 200er SMA. Dann kann man überlegen, okay, vielleicht geht man hier eine Short ein. Um dann, sage ich mal, das Retracement hier nach unten, vielleicht in den Bereich von 47 zu kriegen, bis wir dann nachhaltig das Ziel von 55 US-Dollar, wäre erstmal das kleine Ziel, im Golden Pocket erreichen. Ansonsten erstmal ein bisschen übergekauft. Wir haben den Downtrend. Um mal ein bisschen raus zu zoomen, sieht man hier ganz gut. Downtrend ist gebrochen. Also wir konsolidieren hier um den Downtrend, haben auch hier um den Downtrend konsolidiert. Und was ich jetzt gerade bei Cardano angesprochen habe, was man auch hier sieht, höhere Hochs im RSI und tiefere Tiefs im Chart. Also hier sieht man die gleiche Struktur wie bei Cardano und so wie bei vielen, vielen anderen Altcoins, dass jetzt hier auch langsam eine Bodenbildung einsetzen könnte. Man sieht es auch hier schön, Bodenbildung und dann nach oben hin ausbrechen. Muss man schauen, also das ist bei ziemlich vielen Altcoins einfach der Fall. Schauen wir uns auch FTM an. Momentan Konsolidierung um den Monatspivot, auch hier der RSI. Ich würde es auch nicht shorten. Ich bin dann eher so nach einem Long-End wie Ausschau halten. Vielleicht bei 1,16 Dollar liegt unsere erste vier Stunden. Die Mahnzone, die aber auch schon mal angetestet wurde. Das heißt, dieser Support ist nicht wirklich stark. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Ansonsten dieses Inverse Head & Shoulders lasse ich jetzt auch erstmal die Finger von, weil das ist mir hier doch ein bisschen zu lang gezogen. Hier drüben ging es dann ein bisschen zu schnell. Die nächsten Widerstände nach oben hin, auf jeden Fall interessant. Im Bereich von ungefähr 1,34 Dollar. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Luft. Also auch vom RSI haben wir noch Luft. Zumindest in diesem Bereich nach oben hin, in den Bereich von 1,35 Dollar zu kommen. Dann eine kleine Korrektur. Monatspivot bestätigen und dann mit neuen Schwungen. Vielleicht nachhaltig dann nach oben hin wieder auszubrechen. Ansonsten hat sich eigentlich sonst wenig getan. Also Iota Cardano kommt da noch bei CryptoGuru etwas ausführlicher. Die restlichen Altcoins konsolidieren eigentlich momentan Auge auf Bitcoin. Die Entscheidung gestern war jetzt nicht wirklich überraschend. Powell geht ja auch von niedrigeren Zinsen, also niedrigeren Inflation aus. Ha, ha, ha. Ja, ich weiß nicht, was der Typ braucht. Ansonsten kommen wir noch kurz zu den News. Bitcoin in Afrika werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Und kann man auf Online-Marketplätzen bald mit Kryptowährungen bezahlen. Gibt ja auch immer mehr so, ich weiß nicht, Ebay und sowas hat es ja schon in den Raum geworfen. Ich werde euch den Artikel auch noch in die Telegram-Gruppe posten. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns heute Abend, 19 Uhr, auf dem YouTube-Kanal. Livestream, vielleicht heute mal ein bisschen mehr Altcoin-lastig, ein bisschen Gequatsche und so. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns dann auf jeden Fall heute Abend wieder, spätestens dann morgen. Schönen Tag euch, entspannt und wie immer, stay crypto.